Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 26. Februar. Gut, wir starten hier mit dem Tagesschart vom Vortag mit unseren Markierungslinien. Vom Vortag, da hatten wir den Short-Bereich zwischen 14.50 und 14.100 Punkten. Im Tageshoch lagen wir ganz knapp darüber mit 14.051 Punkten. Danach ging es wieder deutlich abwärts. Wir sind mit einer sehr langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen bei 13.879 Punkten und damit wurde bereits signalisiert, dass sich die Kursschwecke höchstwahrscheinlich weiter fortsetzen wird. Am heutigen Freitagmorgen im außerirdischen Handel notieren wir dann auch deutlich tiefer im Bereich von 13.680 Punkten, also hier deutlich unter dem 50er EMA bei 13.760 Punkten ungefähr, womit dann auch ein weiteres Schwäcesignal generiert werden dürfte im heutigen regulären Handel nach 9 Uhr, falls diese Kursabgaben dann auch weiterhin Bestand haben werden. Also wir dürften auf jeden Fall höchstwahrscheinlich mit einem Gapdown eröffnen am heutigen Freitag und sollten dann das Verlaufstief hier vom Dienstag unterschreiten und dann dem Abwärtstrend folgend hier, dem kurzfristigen Abwärtstrend folgend langfristig dann weiter Kurs nehmen, hier auf den 200er EMA bei 13.064 Punkten, solange wir dann im regulären Handel unter dem 50er EMA bei 13.760 Punkten bleiben. Für den heutigen Freitag werden erstmal keine Long- und Short-Bereiche genannt, weil wir einfach mit einem Gapdown in den Handel starten dürften. Da muss man dann erstmal abwarten, wie sich dann der DAX verhält, ob dann direkt weitere Abwärtsdynamik entwickelt wird oder ob es da kurzfristig zu einer Bodenbildung kommt. Wir hatten ja den Short-Bereich hier ab 14.050 Punkten einigermaßen getroffen und der Trendindikator war ohnehin schon seit längerem auf Short, also rot. Insofern lagen wir hier mit einem vermuteten weiteren Kursrückgang richtig. Wie gesagt, die neuen Long- und Short-Bereiche werde ich dann höchstwahrscheinlich erst am Montag oder eventuell noch im Laufe des Tages nennen, wenn sich dann der Markt etwas beruhigt hat. Gut, hier haben wir dann den Wochen-Shart vorliegen mit unseren Markierungslinien für die laufende Woche, die habe ich etwas angepasst. Da haben wir nun die hellgrüne bei 14.030, dann die rote bei 14.170 Punkten und die dunkelrote weiterhin dann bei 14.300 Punkten und auf der Unterseite dann die dunkelgrüne bei 13.670 Punkten. Weiterhin wichtig bleibt also hier der Bereich von 14.000, 14.030 Punkten, solange wir darüber nicht ansteigen können, ist dann mit weiteren Kursabgaben zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke auf der Unterseite würde sich dann bei 13.670 Punkten befinden, wo wir uns ja vorwürstlich am heutigen Freitag bereits befinden. Gut, und dann abschließend wieder der obligatorische Monatschart für die neuen Zuschauer. Da haben wir weiterhin hier die Widerstandslinie im Bereich von 14.000 bis 14.100 Punkten ungefähr. Wir hatten ja einige Durchbruchsversuche gestartet in den vergangenen Wochen, die aber allesamt gescheitert sind. Wir sind hier auch bereits in den Vorjahren immer wieder an dieser Widerstandslinie nach unten abgeprallt und nach jedem Abpraller kam es dann zu einem Kursrückgang Richtung unterer Fibonacci-Fäcker, der sich aktuell ungefähr im Bereich von 11.600 Punkten befindet. Wir hatten ja im Januar schon hier die schwarze Monatskerze gebildet, nach dem langen Hochlauf hier bereits ein Warnsignal vor erneut feilenden Kursen beziehungsweise vor neuer Schwäche. In der Regel ist es so, dass dann nach dieser schwarzen Monatskerze es direkt bergab geht oder zunächst eine Seitwärtsphase beginnt und es in der Folge dann wieder runter geht. In ganz wenigen Ausnahmen wird nach einer schwarzen Monatskerze nach einem Hochlauf dieser Hochlauf direkt weiter fortgesetzt. Gut, und damit wären wir auch schon wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Freitag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, viel Erfolg im heutigen Trading und ich melde mich dann wieder am Montag mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Chartflash.